Zu Satisfactory! So, ich bin jetzt hier bei unserem Quarz, ne? Wir gucken hier mal ran. Hier kommen raus 240. Okay, das passt ja soweit. Da hinten hab ich eingestellt. Ich brauch 75, ne? 75, ganz genau. Ja, komm, dann baue ich das hier hin. Weil ich brauch nämlich 125 Silika? Oder Silizium, ne? Ja, vier Stück. Dann Warte. Brauche ich noch Strom dementsprechend. So. So. Okay. Hier kämen Fusionatoren hin. Die nach oben rausgehen. Ja, okay. Ja, so lässt sich doch bauen, oder? Nicht perfekt. Was kommt da raus? 75. Aber das sind ja 60er-Bänder, ne? Machen wir das so. Dann muss ich nur noch hier ein paar Schlitter hinbauen. Das war genau so, ne? Mittig. Ja, komm. 1er-Band reicht vollkommen aus. 2er-Band, 2er-Band, und 2er-Band. Und dann von hier? Ne. 2er-Band, sagt ich. Mach da hier ein 1er-Band raus. Äh. Mach da hier ein 4er-Band raus. Äh, ist ja irre. So. Da haben wir jetzt auch 5er-Bänder. Genau. Das konnte ja nicht gehen. Also. Hier so mittig. Nach oben. Ja, richtig gerade wird's nicht, aber. So, bis dahin. Und er soll uns bitte machen. Silizium. Äh. Ja, müsste eigentlich Quarzsand sein, ne? Silica. Müsste Quarzsand sein, ne? Ja. Na, komm schon. Einfügen. Einfügen und... Einfügen. Und der geht auf 33,333%. Ja. Ach, komm. Uns bleibt doch da drin, ne. 12,5. 12,5. Moment mal. Moment mal. Äh. 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 So. Komm hier raus. 37,5. Ja. Was sollte so passen? Ah, nochmal mit Fusionator dahin. So. Okay, geht er auf das Band. Kommt dann... ...da hinten nochmal an. Ja, und wird er dann automatisch langsamer hier. Ich verstehe es nicht. Und zwar... ...hier hinten. So, Bauxit, sagte ich, kommt auch hierher, ne? Würde dann wahrscheinlich... ...hier rechts vorbeigehen. ...hier rechts vorbeigehen. Dann haben wir die Leiter zu viel. Okay. Bauxit kommt dann... ...auf hier lang... ...von ganz da hinten. Okay. ...ja, das kann ich so, glaube ich, gar nicht gelassen, weil das dem mittig ist. Ach, Mann, ey. Was willst du denn da unten? Was willst du von mir? Ja. Holla. Hört ja gar nicht schon was draus. Also... Geht doch. Wo kommt der denn eigentlich her? So, Silizium und Bauxit Silizium mache ich mal mit einem Splitter hier ganz am Ende ungefähr da soll das nicht so klappen das klappt so weil wir kommen ja noch drei Stränge ja mach ich das so weit oder ganz nach hinten ich glaube ich belasse es mal hier immer ein bisschen größer machen ja und ich weiß ich wollte es halt offline machen habe es aber vergessen wollte ich allerdings hinten habe ich da einen Splitter draus gemacht da hinten was ja absolut falsch ist da ist ja ein intelligenter Splitter wird sowieso später nochmal umgebaut hier komplett alles oh ich glaube mir geht der Beton-Dong-Dong aus kann hier nicht wahr sein ok ja uns geht der Beton aus 500 400 400 300 300 300 300 100 149 79 79 oh hat gereicht super so Bauxit das wären dann zwei Stränge 50 75 100 50 65 50 50 50 50 50 Intelligender Splitter muss doch da hin. Mal. Wieso? Ist das so, dass der mir das jetzt nicht hier anzeigt? Wo ich denn hin muss? Ja, warum nicht? So, das Ding nochmal weg. Wie gut, dass man von hier oben so schön bauen kann. So, ne? Okay. So, nach rechts geht halt. Kann ich da mal ran, bitte? Hier kommt Quarzsand raus. Quarzsand. In der Mitte ist Überschuss. Überschuss. Ja. Sollte so gehen. Okay. Was mache ich denn hier? Ich muss zurück in die Basis. Beton holen. So, ich habe hier mal die Fläche vergrößert. Dann brauchen wir noch Kupfer und Aluminium. Äh, Kupfer und Kohle. Kohle ist da. Ich glaube, da ist Kupfer. Da ist Kupfer. Okay. Dann gehen wir mal... Ob ich hier irgendwo Kabel liegen? Oh. Ja. Ziehen wir das nochmal an? Ähm. Oh. War jetzt nix, ne? Ja. Da nochmal einen hin. Hier nochmal einen hin. In die Richtung. Ja, so alle vier oder sieben waren das letztens, ne? Läubig mal. Jetzt geht's runter. Und hier nochmal einer hin. Uh, uh, wird schon knapp, ne? So. Und das Kupfer war da, ne? Okay. Mal schön auf die Linie achten. Ich werde nicht vergessen, ich vergesse das öfter. Also auf den Strom achten. Äh, ja. Kommt da nochmal einer hin. Und am Ende. Ja, wir sind ja gleich da. So. Okay. 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 Echt das schon? Tja, abbauen kann man ja immer noch, ne? Da ist unser Kupfer, ok, bedeutet, wir müssen hier lang, ne, dann kommt hier nochmal so ein Ding hin, das kommt weg, dann tanken hier so lang, mhm, 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 und jetzt, hier runter gehe, was liegt denn da unten noch? Das war doof, ne? Aber ich glaube, das ist die Richtung, oder das ist das? Das ist es, okay. Und hier hin, und dann geht's hier nach unten. Jetzt, sag mal, hier bitte. Hm. Ich bin nicht ganz sicher, dass hier klappt. Nee, natürlich nicht, ne? Okay, wir müssten eventuell... Warte. Zwei. In die Richtung. Ja, no. Passt zufälligerweise auch genau hier, ne? Perfekt. Okay. Okay. Sind wir jetzt unten? Ja. Sieht so aus, ne? Okay. 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 Dann kommt das mal an dir. Und... Du kannst da weg. Ich brauche aber... Ne... Was ist da? Ne Ausrüstungs... Meine Amke 1 macht 60. Auch eine Amke 2. Okay. Ausrüstungswerkstart. Zwei Miner. Okay. Weg, dann. Was ist dazu? Boah, passt. Okay, meiner. Nicht deiner, sondern meiner. Schauen wir mal. Sollte gehen, ne? Da an. Okay. Dann. Ja, komm. Ist dann hier die richtige Höhe da? Ja, oh, du siehst. Boah, das ist, glaube ich, die richtige Höhe, ne? Du weg. Dann. Ich gehe nochmal so. Teilen. Dann hätte ich gerne... Nee, ein Meter ganz oben. Hier hin. Dann kommt hier... ...ne... ...ne Durchführung hin. Mk2. Okay. Geht nicht ganz runter, ne? Mhm. Okay, hab ich mir fast gedacht. Warte. Machen wir das anders. Dann kommen nämlich hier nochmal so'n Ding hin. Mhm. Ja, warum nicht? So. So. Na, das ist klar. Natürlich so lang. Und hiervon brauche ich... ...Quarz. Quatsch. Kupfer, ne? Kupfer brauche ich nur... ...20. Uiuiui. Okay, 20. ...20. 20. Da hätte ich ja hier... ... ...sieh aber nicht... ...sehr, sehr schön aus. Warte mal. Das ist auch gar nicht mittig. Kann ja nicht funktionieren. Ach, Mann. Mach mal Licht an. Du. So. Das sieht doch schon besser aus, ne? So. Wenn ich hier ein Band rein basteln. So, und jetzt nach oben. Hm. Und zwar... ...ja, ruhig so, ne? Hier wieder Rad. Raus. Nein. So. Okay. Kohle. Ähm... ...ja. Ja. 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 Wenn ich doch eigentlich auch hier noch mit dazu packen, wenn ich... Äh, ich muss mal in die Richtung. So. Dann schauen wir uns das mal an. Kohle brauche ich... ...auf 75. Hier kommt raus. 120. Das ist aber schlecht. Das ist ein Miner. Ist das ein Zweier? Wie steht das denn? Äh... MK2. MK2. Hm. Auch 120. Ach ja, bitte. Ja. Was kriege ich da denn raus? 60 insgesamt aus den beiden. Äh, das ist, äh... ...nicht genug. 60 ist ganz und gar nicht genug. Auch 75. Ich könnte dann meiner MK3 hinsetzen. Was brauche ich denn dazu? Meine MK3. Okay. Drei Turbomotoren. Dann... ...wieveel verschmolzenen Rahmen? Kann ich da nichts sehen da. Verschmolzener Rahmen. Muss ich da gucken. 10 verschmolzener Rahmen. Hm. Nee, die habe ich nicht. Die müsste ich erst mal herstellen. Andere Frage. Kann ich die hochtakten? Nicht da? Okay. Aha. Okay. Das würde also gehen. Hier kommen raus 480, ne? Ja. 480. 480 ist das untere Band. Ich nehme es vom oberen Band, glaube ich, weg. Obere Band. Da ist es. Okay. Ich brauche 75, das heißt... 30, 60, dann fehlen hier 15. Also 15 mehr. 255. Okay. Okay. Nee, warte mal, nicht die 30? Warte mal. Nee, nee, nee. Mach das anders. Ich mach das anders. Ich baller den voll hoch. Nicht nur 15, sondern komplett. Dann gehen da 300 durch. Das Band kann. Naja, keine 300. Müsste ich schon ein Vierer-Band nehmen. Ich habe da 30 mehr gemacht, ne? Ich kann hier hinten 30 weglassen und den Rest zusammenführen. So ist der Plan. Okay. Ja, genau. Genau. So, ich habe dort 30 mehr eingestellt, das heißt, ich müsste hier 30 weniger machen. Das ist aber nicht richtig. 30. So, haben wir hier 60. Und hier die 15 mehr, ne? 135. Okay. Dann habe ich meine 75. Kohle. Wie dann, ne? Warte. Das ist ein Fusionator, ne? Also, ich müsste hier nochmal einen Splitter hinbauen. Ähm, warte. Moment, Moment, Moment. Äh, 150. 160. Ja, freier Brand reicht, ne? Mach's mal so. Da ist schon ein Dreierband. Okay. Dann kommt hier ein Spalli dahin. Mach einen intelligenten Splitter hin. So. Kohle. Und links ist Überschuss. Okay. 75. Zweier Brand. So, und das müsste jetzt irgendwie... ...dahin. Okay. Nicht, dass alles über ein Band laufen lassen. Äh, nee. Mach ich nicht. Viel zu kompliziert. So. Müsste... Ja, geht ja nur hier, ne? Geht nur hier. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Sag mal. Nämlich vergagg-eiern? So. Okay. Hm. Hm. Jetzt schon wieder los. So ist das schön eben. Aber es müsste noch einen nach oben. Das ist weg, weg. Das gute alte Autosave. So, und jetzt, wenn ich hier runtergehen, vielleicht sogar mit einem, guck mal hier, haben wir hier doppelte Fundamente. A-Foundation? Nee, ich will nicht doppelte Foundation. Wo sind die denn? Hm. Doppelrande. 2 Meter. Sind die das? Ja, glaub schon. So. Ja. Scheint zu kalappen. Last one. So. Warte. Geht gleich runter. Long. Hätte das gedacht. Ähm. Hirnrand, oder? Ja, vielleicht so. 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 Ähm. Ja. Ja. Jetzt ist das im Weg. Ja, aber egal. Da krieg ich das ja sowieso nicht hin, ne? Okay. So. Ja. Ja, jetzt. Und jetzt? Ja. Okay. Die. Ja, da. Es ist ja noch nicht drin. habe ich jetzt doch gerne hier gehabt ist doch gehen es musste gehen ihn einfach hier daneben sitze so könntest du mal ruhig bleiben spielen hat den so hin ohne ja da kommt unsere kohle gut so geht ja noch gar nicht ja perfekt dann haben wir heute zumindest mal noch ein bisschen material hierher geschafft nicht verstärkte eisenplatten ok dann bis gleich so kohle und kupfer kommt an sehr schön jetzt immer da hinten hin zum box sit und da sind wir auch schon jetzt hatte ich zwei ich meine mk3 die frage ist wieviel kommt da raus naja mann ich das einmal so mach und den mache ich dann so okay in die da gehen wir mal schön runter da ist aber auch weit oben muss das sein da geht nicht kaputt oder warum kann ich nicht schießen warum nicht ja genau das wollte ich nicht wollte die taste daneben drücken ich mach das mal da hin da hin und hier hin den in der mitte welcher ist das jetzt gerne der würde machen 60 ich den update auf mk2 macht da 120 ich brauche 75 dafür bräuchte ich aber nochmal einen wo ist das ding eine ausrüstungswerkstatt ich mach zwei meiner draus ich war ich habe doch zwei gebaut äh äh okay jetzt habe ich immer noch einen im inventar das muss man jetzt nicht verstehen okay sagen wir mal wir gehen hier hoch da durch mit dem dann ah ja so das passt das passt ja so richtig gar nicht warum sind die immer so verschieden hoch das klaar das klaar Ein Niederfundament. Wieso passt das nicht? Okay. Hat doch gepasst. Okay. Gut, dann käme. Ja, das vielleicht dahin. So. Hm, genau so wollte ich das. Nicht. Also einmal hier ganz am Rand dahin hin und das Maximale, was die machen können, ist also der soll ja erstmal nur 75 machen, ne? Okay. Die Maximal können die machen. 600. Ja, dann würden die zwei ja schon reichen. Okay. Warum ballere ich die mal da rein? Nur mal so. 600 machen die. Pro Stück. Ja, dann brauche ich doch zwei von denen, ne? Äh, ja. Nein, in die Mitte. Okay. Müsste es schon richtig planen. Dann brauche ich das später nicht mehr umbauen, ne? Okay. Und das gleiche hier. Ah, nur noch 95 Platten. Äh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ähm. Ähm. Komplett falsch. Du bitte weg. in die Richtung. Okay. Was ist ja dann hier mittig, ne? Wächter mit. Tja, wo ist hier die richtige Höhe? Da. Ah, nee, ein Höher. Hä? Da. So, das ist jetzt richtig. Oder ich habe es zweimal. Walsch gemacht. Nö, das passt. Okay. Okay. So, und jetzt das gleiche noch mal oben. So, einmal da und einmal mittig. Okay. Das wird funktionieren. Ja, klar, aber. Äh. Nee, ich habe nicht genug. Okay. Förderlift im K3. Ich komme nicht ran. Komme nicht ran. Okay. 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 Ich sehe wieder nix. Hier nix. Aber die Mitte. Okay, den brauche ich ja noch nicht anschließen. Läuft das jetzt? Es läuft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Dreierbund. Warum nicht? Das ist da, das ist da, ne? Ja, ja. Okay, das muss nach außen. Geht denn da anders? Ja, zur Not baue ich das. Später auch nochmal rum. Das sieht jetzt halt sehr, sehr, sehr bescheiden aus. Was ist denn da so komisch? Hm. Ja. Autosilf. Ach, wir sind hier gleich da. Ja. Wir sind hier gleich da. Ja. Déu, ja. in der nächsten staffel werde ich das auch anders bauen müssen so ein bisschen schöner mit häusern drumherum man sieht es hier schon ich muss ja sowieso weil das hier mittig läuft das ist eh anders geworden später aber wir haben fast alles da ist auf wasser ja ist denn jeder ein das ist schon richtig nicht. Aber ein Ohr wieder. So ist der denn jetzt. Ist das richtig so? Natürlich nicht. Das sieht doch irgendwie anders aus. Der andere hier. Den in die Wand gebaut. So? Gut möglich. Sehr gut möglich. Okay. Sollen wir Wasser auch noch machen? Dann haben wir alles da. Ja, ich glaube schon. So. Der müsste dann so hin. Okay, Bauxid ist da. Okay, dann brauchen wir nur noch Wasser. 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 Wasser gibt es doch hier ohne Ende. So. Flüssigkeitspumpe. Ei-Räume überlappen sich. Okay. So. Da baue ich die. Lieber so rum. Ja. Ja. Komm braun. Was fehlt mir? Verstärkte Eisenblatten. Die sind aber schnell leer geworden. Okay. Dann. Na. Mittig? Na. Geht hier nicht, ne? Okay. Ich bräuchte bei... Hucki-Stick. Hucki-Stick. Ähm. Was sind sie? Hipline-Fundament-Durchführung. Mal gucken, ob das funktioniert. Hm. Ja. Komm. Hipline-MK1. Kein Indikator. Okay. Hast du das so? Ähm. Äh. Nee. Nee. Bau-Modus Auto. Nudel. Nudel. Kann ich denn so hinpacken? Oh, das sieht doch schon wesentlich besser aus. So, dann bräuchte ich noch eine Pumpe. Pumpe, 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 Pumpe. Pumpe-MK2. Wenn ich dich hier so hinpack. Nee. Andersrum. Andersrum. Äh. Hä? Wie dreh ich die denn? Ach so. Okay. Wo ist hier der Punkt, wo sie hin muss? Man sieht es nicht. Ist egal. Ja. Ist egal. Und so hin. Ach nee, jetzt ist es hier. ähm, ja, komm dahin dahin und dahin sonst müsste ich nur noch irgendwie das Ding mit anschließen, ne? Oh, ne, nicht ganz in etwa da ja, das sieht doch schon besser aus Oh, ist hier Wasser drin, ne? Nee äh pumpt die etwa nicht? so, pumpt ist auch kein Wasser drin ist hier Wasser drin? hier kommt langsam Wasser, aber ja, okay dann kommst du hier hin Wasser sich nahen aus der Stromanschluss hinten ja, das ist nicht Sinn der Sache das ist nicht Sinn der Sache ja, komm schon so das ist die Frage brauche ich den gleich mal weg ist hier Wasser drin ist Wasser drin oben auch wir werden das sehen okay ich mach mal ein Rohr hin einfach nur so weil ich es kann äh horizontal to vertical ja sollte doch eigentlich passen geht das nicht hier wasser drin ja durch plus rate 8 meter die sekunde aber es ist ja halt voll ne ich flusche mal äh samt das Rohrnetzwerk einmal leer machen bitte okay und jetzt gucken wann was kommt jetzt kommt gar nichts hier ist Wasser drin also ich mal von aus das hier auch Wasser drin ist gleich und es ist voll sehr schön gut dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal gehabt euch gut und tschüss tschüss tschüss